Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Turret-Gamer und dem Turret-Cousin. Ja, hallo und willkommen. Und wer ist da? Ja, hier ist dein Cousin. Achso, Spaßi. Und wir wollten heute für YouTube mal so ein paar schöne Scheiß-Spiele testen, die free-to-play sind. Also wir fangen mit einem Spiel an, das kenne ich sehr gut. Ja, das kennst du. Ja, klar. Sicher. Das sehe ich jeden Morgen auf meiner Toilette, wenn ich gerade geschissen habe. Ja, du Lügenlord. Also du weißt, wie du jetzt bei mir nachjoinst? Ich weiß überhaupt nichts. Ich frage mich nur gerade, wie komme ich jetzt wieder in dieses Menü hier? Ja, pass mal auf. Muss ich mir einen Charakter erstellen oder so etwas? Wie geht das? Ich komme mit diesem Menü hier nicht klar, weil das ist einfach über meinem Level. Über meinem Wissenslevel, ja? Kannst du mir das bitte erklären? Wie man einem kleinen Kind erklärt, dass man eine Maus hier nicht der Katze geben soll, sondern damit den Computer bedient. Danke. Nein, oder? Was? Du kannst jetzt, in diesem Spiel kannst du Waffen finden, beziehungsweise Boxen und kannst dafür, ähm, Kies kaufen. Nein. Doch, für echtes Geld, ein Euro bei Steam, kaufst du eine Schlüssel und kriegst da zwei Pixel. Oh mein Gott. Und dann auch noch so schlechte Pixel. Nein. Doch. Ja, lass mich jetzt erstmal hier ein komisches ... Was ist das überhaupt? Worum geht es hier in einem Spiel? Also das hier ist ein Survival-Spiel. Das kann in der Third-Person-Perspektive gespielt werden oder in der Ego-Perspektive. Kommt immer auf den Servern, auf denen wir drauf joinen. Und, ähm, das Spiel hat eine schlechtere Grafik, würde ich sagen, als Minecraft. Mhm. Und es ist halt Free-to-Play. Aber wenn du da so mit mehreren Leuten bist, macht das schon Spaß, weil diese Zombies, die sind einfach übermächtig. Und, ähm, wenn du krepierst, dann spawnst du einfach neu. Hast aber alles, was du mit hattest, verloren. Okay. Ähm, jetzt mal eine Frage. Ich kann mir meinen Charakter hier erstellen. Und, ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, was das soll gerade. Was denn? Ich suche die Grafik. Welche Grafik? Ja, genau, das ist mein Problem. Wo ist die Grafik? Dieses Spiel hat keine Grafik. Äh. Irgendwann, das sieht ja aus, als hätte das mein fünfjähriger Neffe im Kindergarten gemalt. Und der kann das besser. Ja. Der kann Männchen besser malen als das hier. Gott, ist das hässlich. Ich wurde gerade von einem Server heruntergeschmissen, wo ich für uns draufjoinen wollte, aufgrund meines Namens. Wie heißt du denn? Ja. Also, ich heiße in dem Spiel, also mein Charakter heißt... Ja? Ein, ähm, Friedhofskreuz, dann Wolfsblut und dann nochmal so ein Friedhofskreuz. Macht ja nichts. Nö. Nö. Kennt ja jeder irgendeinen Toten, oder? Ja, ist so. Tot gehört zum Leben dazu, wie... Ja, wie, keine Ahnung. Wie Hater zum Drachenlord. Ja, nur... Ich hab hier jetzt ein kleines Problem. Erklär mir mal, wo muss ich draufklicken? Auf Singleplayer, Servers oder auf Connect? Ähm, du musst ganz kurz warten, weil ich komm hier grad nicht raus. Ja, aber die Grafik find ich eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, ne? Nee, weil ich hab ja jetzt hier wirklich auf die höchste Qualität gestellt für meine Zuschauer. Ja. Warte mal eben. Also mit Blumen und so. Ich muss mal eben pausieren. So, da bin ich wieder. Im Alter von acht bis zehn Jahren. Also, du gehst erstmal... Wenn du das Video nennst, Minecraft. Drück mal bitte Shift und... War das Shift und Tabulator? Hä? Nee, ich kann jetzt hier Server oder Connect anklicken. Ähm, du gehst auf Connect. Hab ich geschafft. So, und dann siehst du da ja ganz viele Wörter unten, ne? Nee, ich sehe hier, dass ich eine IP angeben soll und ein Port und ein Passwort. Nein. Doch. Simon, du bist auf Connect gegangen. Du sollst auf Servers klicken. Du hast aber gesagt, ich soll auf Connect gehen und das hat jeder gehört. Nein, das hat niemand gehört. Du sollst auf Servers gehen. Okay, ich geh auf Server, ja. Ja. Genau. Und da steht PvP. Da klickst du bitte einmal drauf. PvP. Nee, da steht kein PvP. Simon, jetzt verarsch mich nicht. Da steht Internet, Local Area Network, History. Genau, unter dem Local Area Network. Steht Any Combat. Ja, dann stell das mal bitte auf PvE. PvP oder PvE. PvE. Hab ich. Player vs. Environment. Ja. Und daneben müsste PEI oder Any Map stehen. Any Map. Ja, dann stell da mal bitte auf Washington. Das ist eine neue Map. Ja, okay. So. Und dann klickt mal bitte auf Internet. Okay. Und dann gehen wir auf den ersten Server. Oh, was? Was? Auf welchen? Auf The Outpost EU Unturned on Washington. Mit 20 von 24 Spielern und einem Ping von 660. Oh, da krieg ich grad Augenkrebs. Ich seh das nicht. Ja. Jetzt laber kann ich heiße. Ich join da grad drauf. Das ist aber nicht bei mir. Bei mir wird der nicht angezeigt, dieser Server, den du da nennst. Tut mir leid. Und ich kann jetzt hier leider auch nicht suchen nach Namen oder irgendwas. Verstehst du? Wie hieß der Server? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Weißt du, wie das auch geht? Schließ das Spiel mal ganz kurz. Warte. Ich weiß, dann kriegen deine YouTube-Zuschauer dich eine kurze Zeit nicht mit. Nein, ich bin jetzt da in dem Spiel joining, wo du auch drin bist. Hat geklappt, weil ich hab dich als Freund in Steam. Genau, und da bist du einfach nachgejoggt. Eine epische Grafik, liebe Zuschauer. Schaut euch das an. Alles ist rot. Ist bei dir auch alles rot? Ja, warum auch immer. Ich glaub, es ist grad ein Blutmond. Okay, was hab ich denn jetzt hier? Wer bin ich denn? Gibt's hier nur die 3D-Ansicht. Sag mal. Auf dem Server glaub ich schon. Was kann ich denn machen? Kann ich schlagen? Ja. Ich kann schlagen. Mit rechts und mit links, ne? Gut. Kann ich noch irgendwas tun? Außer schlagen und springen. Ja, ich muss grad mal gucken, wie ich... Moment. Hier steht ein Auto. Ja, da kannst du eventuell rein. Kann ich. Cool. Geil. Das macht voll Spaß. Ich dachte, das ist schrecklich, das Spiel. Ja, das ist nicht schrecklich. Au. Ich hab mir mal in den Tod gefahren. Echt? Ja. Ein Zombie. Ach, hier sind Zombies. Ja. Oh, warte, ich steig mal eben aus. Ähm, hat der was verloren, der Zombie? Oh ja, der hat was verloren. Und zwar ein Pick-Up Purple Flare. Ich hab'n Flare. Du musst erst mal gucken, dass du Waffen findest. Oh, irgendwann schießt auf mich oder so. Auf dich kann niemand schießen. Wir sind auf einem Player-Wars-Environment-Server. Aber jemand hat mein Auto kaputt gemacht. Mein Auto scheint zu qualmen, wenn man das so als qualmen bezeichnen kann. Sieht eher aus, als spritzter Kacke raus. Äh. Warum sind hier wieder Russen? Also. Mein Auto fährt noch. Weißt du, wie das Spiel aussieht? Wie? Oh, mein Auto brennt. Ähm. Lieber Simon, hast du gerade gesagt, hier sind wieder Russen? Ja. Weißt du, was das Tolle ist? Äh, äh. Es gibt kein Spiel mehr ohne Russen. Komm. Ja, die machen tolle Geräusche, ne? Ja, aber da läuft einer hinter mir her. Der ist ein Polizist. Wo bist du auf der Map? Officer. Bleiben Sie bitte stehen. Ich hab Angst vor ihm. Au. Der ist umgefallen. Wo bist du auf der Map? Ich weiß es doch nicht. Drück mal M. Ich habe M gedrückt. Ja, okay. Es hängt es 81. Ja, wo bist du? Kann ich dir nicht sagen, weil die Map ist nicht vergrößerbar. Doch, da muss man da klicken. Mausrad wäre ein bisschen zu umständlich, ne? Oder wie verstehe ich das? Zoom in, bitte. Nein, du brauchst nicht zoom in. Guck mal. Ich bin auf der Map. Rechts, da steht Everett. In der Stadt bin ich. Komm da mal hin. Wo ist ein Everett? Wie soll ich denn da hinkommen? Ja, zu Fuß oder mit dem Auto? Ey, da bin ich ja morgen noch unterwegs. Das ist cool. Mit dem Auto. Mein Auto ist kaputt. Irgendjemand hat das kaputt gemacht. Das ist cool. Oh, hier ist eine Police-West. Ja, die musst du dir anziehen. Die geht dann. Ähm, du gehst auf G, um dein Inventar zu öffnen. Ja. Und dann bildst du die aus. Ah ja. Mit Rechtsklick. Und dann gehst du auf Put on. Steht hier. Hier sehe ich dann, ob ich die angezogen habe. Dann öffnen sich neue Inventarplätze. Äh. Irgendwie gar nichts. Aber egal. Wenn du G drückst. Und dann, ähm, Rechtsklick da drauf. Und dann steht, äh, auf das Zahnrad. Equip. Hab ich. Ja. Und dann sind da neue Equipment-Plätze. Ja, nee. Hier sind keine Equipment-Plätze. Doch. Nee. Wenn ich das doch sage. Wenn du eine Weste anziehst, hast du auch neue Equipment-Plätze. Hab ich nicht. Wirklich. Glaub mir doch. Warum glaubst du mir nicht? Ich laufe hier gerade schon mit einer Schusswaffe rum. Sieht so aus, als habe ich diese Weste in der Hand gehabt gerade. Ja, das kann sein. Jetzt habe ich die an. Gut. Weißt du, ich laufe hier nämlich gerade schon mit einer Schusswaffe rum. Ah. Ich habe ein bisschen Orientierungsprobleme, muss ich sagen. Also, kennst du das Spiel vom Drachenlord? Ja, habe ich schon von gehört. Ich kriege immer noch voll die Panik, wenn hier geschossen wird. Weil ich habe früher auf PvP-Sauron hier gespielt. Ja, und ich hatte da immer voll die guten Waffen. Und immer wenn geschossen wurde, konnte auf mich geschossen werden. Und wenn auf mich geschossen wird und ich sterbe, sind meine Waffen weg. Ich glaube, das Spiel ist eher was für einen Kindergarten. Nein, dafür ist er nicht gut. Doch. Oh, ein Zombie. Der ist schneller als ich gleich. Ja, erschieß ihn. Kann ich nicht. Ich habe ja nichts. Ich gehe jetzt in die Post. Wir sind überall Zombies. Also, pass auf. Es ist ja so, dass der Drachenlord ein eigenes Computerspiel gekriegt hat. Ja. Ich weiß nicht, wie ich zu dir kommen soll, weil ich zu blöd bin. Ich werde angeknabbert. Bin ich infiziert jetzt oder so? Das kann sein. Wie wird man denn infiziert? Wie sehe ich das? Ähm, du hast unten einen grünen Balken. Unten links in deinem Hard hast du einen grünen Balken. Und der grüne Balken sagt aus, ob du infiziert bist. Okay, ich glaube noch nicht. Wenn der grüne Balken auf Null sinkt, ist schlecht. Oder wenn der blaue Balken auf Null sinkt, ist schlecht. Du musst Wasser trinken, also Säfte trinken und so ein Zeug. Und du musst Sachen essen. Ah ja. Okay, und die muss ich alle kaufen im Steam Shop? Nein, nein, nein. Okay. Wie findest du hier auf der Map? Hör mal, ich bin heute echt freundlich. Für so einen Tourette-Gamer bin ich echt noch nett, oder? Ja, und das bei so einem Schiff. Ich geb mir auch Mühe. Ja, ich geb mir Mühe. Mir wirklich jetzt. Ich möchte ja nicht, dass dein Kanal wegen mir ruiniert wird. Ich möchte erst mal, dass die Leute einen guten Eindruck haben von dir. Ach so? Ja, natürlich. Mach dir keine Sorgen, den werd ich schon selbst zerstören. Wann bin ich denn mal da? Ich mein, die Map ist ja riesig. Ja, und das ist das Schöne. Aber ich geh jetzt auch hoch. Ich geh zu Scorpion 7. Hier sind überall. Was? Du kannst nicht einfach weggehen. Ich hab Angst. Ja doch, ich brauch neue Baffen. Ich hab nur noch eine Gartenhacke. Ja, und ich hab jetzt irgendwie langsam Durst. Echt? Ich hab nur 85%. Ich auch, aber wo sind denn die anderen Spieler hier? Ja, bei mir waren grad welche. Kann man sich mit denen unterhalten? Ja, an sich schon. Ich weiß grad nur nicht mehr, wie es geht. Schade. Oh, das ist... So, ich esse jetzt was. Eindrucksvolle Grafik. Ein wunderschöner Sternenhimmel, wie man hier sieht. Dafür, dass dieses Spiel wahrscheinlich von einem Menschen in einer Behindertenwerkstatt... Nein, es ist wirklich nur einer, der das Spiel programmiert. Ja, sag ich doch. Einer in einer Behindertenwerkstatt. Weil irgendwas müssen die Leute da ja tun. Ist das wirklich sehr schön geworden. Man kann hier richtig Detailverliebtheit erkennen. An den Wolken zum Beispiel. Die aussehen wie irgendwelche Sterne. Sterne? Ich mein Steine. Ja, die Wolken sehen scheiße aus. Das Wasser, so hochtextelliert. Vor allem dieser halbe Mond. Man sieht wirklich, wie der durchgeschnitten ist. Der ist durchgeschnitten, ja. Durchgeschnitten. Weißt du, am liebsten würde ich ja jetzt auch was anderes durchschneiden. Nämlich das Kabel meiner Maus, um zu sagen, meine Maus funktioniert nicht mehr. Ich kann nicht mehr weiterspielen. Das wäre aber nicht nett. Nee. Wie lange hast du vor, dieses tolle Spiel mit mir zu spielen? Nur ein bisschen anspielen. Weil ich weiß nicht, wie lange ich ruhig bleiben kann. Nur um zu zeigen, wie toll manche Spiele sind. Ja, natürlich. Natürlich. Also, ihr müsst euch unbedingt auf Steam runterladen. Bisher ist das Spiel echt zu empfehlen. Was ist das? Da ist ein Auto gefahren. Kommst du mal zurück? Nimm mich mit. Arschloch. Blöder, blöder Bastard. Wirklich. Ich möchte nicht wissen, wie deine Mutter bei deiner Geburt aussah, ey. Na ja. Und das Tolle ist, dieses Spiel ist wirklich komplett gratis. Komplett gratis, ja. Bis auf den Fakt, dass du dir jetzt so komische Schlüssel kaufen kannst. Ja, und der Fakt, dass hier eine Pizzeria ist. Und in der Pizzeria kriegst du nichts. Hier steht, tatsächlich, ich soll, wenn ich mir was aus der Kasse nehmen möchte, soll ich den Steam Shop öffnen. Was? Nein. Quatsch. Haha, nein. Wie close. Achso. Hier, die haben ja schon alles gelootet. Ja, das ist das. Die Map respawnt alle 10 oder 20 Minuten. Spawnt die neue Gegendstelle. Die ist gerade ziemlich langweilig, muss ich zugeben. Ja, das ist das. Weil du da bist. Das Spiel macht auf PvP-Servern mehr Spaß. Ja, wo bist du? Ja, ich bin auf dem Sektor 7. Wie gesagt, Sektor 7. Pinestick habe ich. Was ist das? Das ist ein Stock. Kann ich den ausrüsten als Waffe? Ja, aber das empfiehlt sich nicht so. Also ich laufe hier gerade mit einem Bogen rum. Wie kann ich das denn ausrüsten? Das geht bei dem Gegenstand gar nicht. Achso. Nee, dann kannst du das gar nicht. Das ist ja schade. Tut mir echt leid. Also schade. Was will ich mit Geld bitte, wenn hier nichts zu kaufen ist? Für Geld. Ich brauche dringend deine Hilfe. Wirklich jetzt. Ich würde sagen... Ich bin gerade in so einem Russentruck. Hier sitzen drei andere Leute drin. Bin ich mit eingestiegen. Ja, es wäre schön, wenn du mich mal schnell retten kommst, weil hier sind Zombies. Was ist das? Was? Ein Looney. Was ist ein Looney? Ja, ich weiß ja gar nicht, wo du bist. Kann man darüber lachen? Oder was ist das? Looney? Ja, Looney. Ich habe einen Looney. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Verdammte Scheiße. Ich bin in Everett. Wo soll ich hinkommen? Sag es mir. Irgendwohin, wo ich gerade nicht bin. Mir laufen nämlich gerade 20 Zombies nach und ich habe nur einen Pfeil. Ich fahre jetzt Zombies platt. Pisser. Gibt es hier überhaupt eine Kollisionsabfrage? Ähm, nein. Warum habe ich denn gerade Energie verloren? Nur weil ich Zombies anfahren will? Also ehrlich. Es gibt keine Kollisionsabfrage. Das ist geil. Die schlagen auf mein Auto ein. Irgendwie Autofahren kann man auch nicht richtig. Wer ruft denn da Get off the car? Irgend so ein kleines Kind. Das ich nicht mag. Ist das ein anderer Spieler? Ja. Wieso kann er denn reden im Spiel? Warum nicht? Nein, sag mal wirklich jetzt. Ja, ich kann auch reden. Wie denn? Wie kann man denn reden? Das weiß ich nicht. Das musst du mir in Steuerung raussuchen. Ich habe mir das irgendwann mal... Ah! Ich habe eine andere Bildansicht. Drück mal H. H wie Hurensohn? Au ja, geil. H wie Hurensohn der Drachenlord. Warum fährt der mit meinem Wagen weg? Weil der dein Auto geklaut hat. Wo bist du denn jetzt? Ich komme gerade zu Carmano Campground. Wo bist du? Das weiß ich nicht, wo ich jetzt bin. Ja, drück mal M und dann sag mir, wo du bist. Den nächsten Ort. Ich bin in Everett. In Everett? Ja, natürlich. Ja, da bin ich jetzt auch. Und zwar links. Links Eingang des Ortes. Auf der Straße. Ja, da bin ich auch. Dreh dich mal um. Ja, ich sehe dich nicht. Doch. Nein. Ach, hallo. Hallo. Ey, du siehst ja echt aus wie der Drachenlord. Na, das geht so. Es ist alles sehr dunkel hier im Spiel. Lass mich mal eben in die Optionen gehen. Ich muss mal eben was einstellen. Also, folgendes Problem ist nämlich hier. Es ist einfach viel zu... Vorsicht. Viel zu Controls da. So, wie kann man hier springen, springen, bla bla bla. Was kann man nochmal alles machen hier? Ähm, crouchen. Gästschau, C. C ist Gästschau. Ah, mit Alt kannst du reden. Mit Alt. Warte mal, wir reden uns mal miteinander. Red erst mal du. Ja, ich rede doch. Hallo. Ich höre dich. Ih, der hat dieselbe Frisur wie du. Hey, Ultimalian. We need to go to... Guck mal, wie der guckt. Guck mal, wie der guckt. Der mag uns nicht. Komm mit. Come with us. Das ist halt jetzt leider kein PvP-Server. Warum ist das nicht? Wir haben jetzt eine Begleitung gefunden. Wir haben einen anderen Spieler bei uns. Ich hätte den eiskalt direkt niedergestreckt. Ja, natürlich. Sollen wir mal auf den Kran? Ja, komm. Ich guck mal, ob wir da drauf können. Ich hab wohl keine Waffe, ne? Ja, ich hab ne Waffe. Ach, den Kran hat jemand selber gebaut. Ja? Ja. Da können wir nicht hoch. Warum nicht? Oder? Warte. Nee, können wir nicht. Geht nicht. Das ist so dunkel hier. Siehst du überhaupt was im Spiel? Ja. Ich kann kaum was sehen. Komm mit. Okay. Wir gehen jetzt auf Waffensuche. Hör mal, meine Grafikkarte. Ja? Ich hör, die ist ganz laut. Ganz, ganz laut am Brummen. Der Kühler, der schafft das gleich nicht mehr. Der Lüfter, mein ich. Vor allem mit sowas. Guck mal. Wenn du so stehst, sieht das gerade aus. Guck mal, wenn du so stehst, sieht das gerade aus. Wenn du dich dann drehst, ist da voll der Knick drin. Ja, das ist halt fortschrittliche Technik hier. Das sieht schön aus. Doch. Aber das Lagerfeuer sieht schön aus da hinten. Ja, wunderschön. Wunderschön, doch. Es gibt bestimmt so 3D-Baukästen. Damit kann man sowas innerhalb von 5 Minuten selbst machen alles. Ja. Ja. Und so ein Spiel kann man dann also stundenlang spielen, wenn man, keine Ahnung, so nach der vierten Schulstunde aus der Schule, aus der Grundschule natürlich flüchtet. Ja. Und keine Freunde hat. Nein, hier sind wirklich sehr, sehr viele Kinder unterwegs. So Alter 11 bis 13 Jahre. Hallo. Sind ja kleine Kinder. Hallo. Das ist die böse, 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 böse Durekrimer. So, wo gehen wir hin? Wir gehen erstmal zum Campground. Ich glaube, ich kriege keine Antwort. Nein. Ach, schade. Egal. Die Kinder hassen uns, Erwachsene. Ach, so ist das. Ja, weil wir die immer töten. Es gibt auch Server, weißt du, die ganzen Server, die sind ja privat gehostet. Dafür bezahlst du auch schon mal Geld. Nein, aber noch nicht für dieses Spiel. Doch, doch. Nein, du bezahlst Geld dafür, dass du einen Server hosten kannst. Auf einem anderen Provider. So. Und da sind dann teilweise so richtig kleine Kinder, die Server hosten. Und die haben dann Spaß daran, dich mit ihren Server-Admin-Rechten einfach mal niederzumetzeln und fühlen sich dann gut, weil die halt was geschafft haben in ihrem Leben. Ja, also so wie der Drachenlord im Teamspeak oder auf YouNow. Alter, du bist tot. Oh. Nein. Ja, der Zombie. Du doch nicht. Oh, da ist noch einer. Ich kann mich nicht wehren, weil ich habe nur Hände. Da, hinter dir. Oh, hinter mir. Oh, fuck. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Fuck. Fuck. Boah. Das war knapp. Da, das nehme ich mir. Nehme ich mir, was auch immer das ist. Ja, du kannst dir hier alles nehmen. Hier liegen Munition. Ja, ich habe hier keine Waffe. Ja, aber hier liegen Munition für eine Schrotflinte. Oh. Die habe ich jetzt aufgehoben. Ja, danke. Kannst du mir die geben? Ja. Der Typ hat ein Schweizer Taschenmesser. Wie geil. Ja, hier hast du noch eine Waffe. Danke. Bitte. Was ist denn das? Eine Laubhake. Ja, besser als nichts, oder? Ja. Okay, hier können wir jetzt die Nacht kampieren, oder was? Ja. Simon, lauf mal da durch. Wodurch? Hier hinten. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich sehe dich nicht. Hinten am Steg, oder was? Nein, nein. Wo bist du hingelaufen? Hier ist ein Paddel. Ist das auch eine gute Waffe? Wo bist du hingelaufen? Am Steg bin ich. Ja, komm da weg. Fotze, Drecksau, Schwanzlutscher. Hallo, hinter dir. Ja. Alles klar. Kann ich ins Wasser gehen? Nein. Oh, bin ich aber gerade. Ich weiß. Komm mit. Warum ist meine Waffe weg? Hinter dir. Weil du jetzt erst wieder eins drücken musst. Eins? Ja. Geht nicht. Doch, da. Komm her. Ich bin schwer verwundet. Ich möchte mal wissen, wie mutig du bist. Okay. Du kannst hier übrigens auch anfangen zu bluten, ne? Warum hängen da oben Steine in der Luft? Keine Ahnung. Lauf mal hier durch. Hier durch? Ja. Nee, das macht der andere gerade. Ja, guck und du kannst das auch. Ja? Ja. Weil du die nicht selbst platziert hast. Wäre das jetzt ein PvP-Server, wärst du so gut wie tot. Du hättest angefangen zu bluten. Ja. Hier. Ich hab einen Bogen für dich. Wo bist denn du? Wo bist du? Ihr seht so gleich aus. Ich bin hier. Ja. Komm mal her. Ja. Ja, ja. Moment, das ist so ein Compound-Bow. Ich geb dir den Pine-Bow. Da. Gib mir nur die Billigwaffe, du. Danke. Brauch ich nicht Pfeile? Der hat einen. Wie viele? Einen. Einen einzigen Pfeil hab ich? Ja. Mehr nicht. Ja, guck mal, ich. Ich hab einen Bogen mit Zielfernrohr. Ja, aber nur einen Pfeil dann, oder was? Ja, ich auch. Den kannst du aber wieder aufheben. Ach so. So wie in The Walking Dead. Ja. Wie, äh, wie heißt denn da nochmal hier? Mann, immer diese Namensfindungsprobleme. Irgendwas mit Daryl. Daryl, genau. Der hat seinen coolen Crossbow. Richtig toll. Find ich ja richtig, richtig nice. Um mal modern zu reden. Richtig, richtig nice. Ja. Ja, komm. Wir gehen jetzt die nächste Stelle absuchen. Also das Spiel, das ist wirklich sein Geld wert? Ja, sein Geld, das ich nicht bezahlt hab. Genau. Das ist gut. Ich würde hierfür auch, um ehrlich zu sein, noch nicht mal einen Cent bezahlen für diese grottige Scheiße, ey. Das geht mir tierisch auf den Piss hier gerade. Darf ich ehrlich sein? Ja, was denn? Würde ich auch nicht tun. Okay. Ich mein, ey, eine Lego-Figur hat mehr Details als du jetzt gerade hier. Wirklich? Ja, hallo, du hast kleine... Kleine Eier. Das kann gut sein. Du hast kleine Popel auf dem Kopf. Was, wenn ich zwei drücke? Hab ich dann eine andere Waffe? Nö. Ich hab eine andere Waffe. Wie kann ich denn verkackten Waffen jetzt mal vernünftig festlegen? Indem du die da reinziehst. Pass auf, ich hab jetzt einen Bogen angeblich. Ja. Der hat die Nummer 1, steht hier. Ja. Ach so, da ist der Bogen. Ah. Okay. Versteht. Aber manche Waffen kannst du nicht auf die 2 legen, weil du siehst ja, wie groß die Felder sind. Ja. Nicht wirklich, weil ich gar nicht drauf achte. 2 ist halt Zweitwaffe. Das ist für kleine Schusswaffen wie die Anaconda, die ich hier hab. Was ist denn das hier für eine rote Pampe? Das soll Wasser sein. Das sieht aber aus wie eine Dreckstütze. Ja. Hallo, wir befinden uns in Washington. Kann man nicht schwimmen? Doch. Oder doch? Doch. Ich kann nicht ertrinken, ja? Doch. Hm. Wenn du tauchst. Boah, diese Detailliertheit hier. Guckt euch mal diesen Boden an, diese tolle Textur. Ja, und guck mal, wie man diese tolle Textur hier einfach hochgehen kann. Hm. Das erinnert mich ein bisschen an The Witcher 3, die Grafik. Echt? Ja, natürlich. Ja, ich hab The Witcher 3 noch nicht gespielt. Ja, also die Grafik hier von diesem Spiel ist auch viel, viel besser. Ja, ne? Wirklich. Vor allem, äh, vergleich... Vor allem das Gras hier, schau dir das an. Warte, warte, vergleich das Spiel hier mal mit Fallout 4. Ui, na gut. Da ist nicht viel Unterschied. Nee, aber da sind wir jetzt mal real... Wo rennst du hin? Hinter euch her. Ich bin bei euch. Ich bin ganz bei dir. Du siehst übrigens ziemlich bescheuert aus. Das ist schön, dass du das denkst. Das ist toll. Ich hab nur noch 51 Lebenspunkte, 54 Nahrung, 50 Wasser und 87 Grün. Das ist schlecht. Ja. Grün. Das nennt sich Infektionsmeter. Ja, kann sein. Was ist das? Geht nicht. Okay. Komm du mit deinem Schweizer Taschenmesser, du Schweizer. Da ist ein Police Department. Da kannst du eventuell Schusswaffen finden. Ich bin zuerst da. Und hier bei der Feuerwehr, da kannst du, ähm... Da kannst du Äxte. Ja, aber ich höre gerade, wie jemand hinter mir anfängt, mich anzuknabbern. Nein. Hier ist nichts. Tut mir leid. Also hier ist leider gar nichts. Also... Keine Waffe. Kommt dann diese Waffe her? Welche Waffe? Die, die ich gerade hier aufgehoben hab. Und die Waffe, die hier liegt? Die hab ich jetzt. Ja. Ich... Ah, okay. Firefighter Bottom ist hier. Wow. Fuck. Sag mal, Frode... Hier, du kannst dir das anziehen. Warum? Ich hab das hier. Das geht. Hab ich das jetzt schon an? Sieht so aus, oder? Da kommen Zombies. Boah, ist hier viel Blut. Ja, geil. Ich hab Medikit gefunden. Ich hab Painkiller. Ja, das sind Schmerztabletten. Aber guck mal, was ich jetzt für eine geile Waffe hab. Ui, 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 ui. Richtig geil. Warte mal, hab ich diese Hose gerade angezogen oder weiß ich nicht, wie das geht? Bin zu glöd. Du hast irgendeine Hose an. Prisoner Button. Hab ich die an? Nein. Wie nein? Nein, du hast keine Prisoner Button an. Aber... Jetzt. Oder was? Keine Ahnung, ich bin in einem Gebäude, in einem großen. Jetzt hab ich die Hose in der Hand, aber was jetzt? Ja, linke Maustaste. Okay. Mach ich. So. Dann nehm ich mir jetzt mal... Oh, ich hab ne Schusswaffe. Muss ich die laden? Aber wenn die nicht geladen ist, ja. Ich weiß nicht, ob die geladen ist. Oder wir hier auf einem PvE-Server spielen, sind die meisten Waffen geladen. Also, ich befinde mich hier jetzt gerade in einem riesen Einkaufszentrum und hol mir mal Milch und Salat. Weil wir müssen ja auch von was leben, ne? Wo bist du? Ich bin hier oben. Wo? Ich seh dich nicht. Ich seh dich, ich seh dich. Dreh dich um. Ich hab so Hunger. Ich hab so Hunger, ey. Ich bin am fauluchsten und am fauluchsten. Ich bin hier oben in dem Gebäude. Ja, ich komm zu dir. Wie denn? Hier ist keine Tür. Hier ist überall Blut. Ja, ich hab da zwei Zombies erschossen. Die Apokalypse ist... Oh, das ist ein Hammer. Den nehm ich mit. Ich bin wie Gronkh, weißt du? Ich muss alles einsammeln. Wie er das auch macht. Was denn? Ich hab gerade eher an jemand anderen gedacht, als du gesagt hast, ich muss alles einsammeln. Warum? Ich find das lustig, dass du drüber gelacht hast, dass ich über Gronkh geredet habe. Nein, nicht, weil du über Gronkh geredet hast, sondern weil du gesagt hast, du musst alles einsammeln. Ja, warum denn nicht? Ist doch so. Nee, Gronkh. Gronkh sammelt auch immer alles ein. Bist du noch hier im Gebäude? Ich bin noch hier im Gebäude und suche mir gerade noch was essen. Ja, ich hab hier oben was liegen. Einen Müsli-Riegel. Ich hab hier Kent Pasta. Ich hab hier Kent Pasta. Also gekannte, gedoste Pasta. Ach so. Was kann ich damit tun? Essen. Draußen stürmt es, höre ich gerade. Ja, draußen. Wie kann ich das essen? Nehm du, nein. Muss ich das nicht kochen? Nein. Womit denn? Weiß ich nicht. Kann man hier nicht kochen? Nein. Echt nicht. Okay. Wo bist denn du? Ich bin jetzt wieder hier oben in der ersten Etage. Bei dir. Ich hab wieder alles voll. Dann warte mal eben. Ich mach jetzt mal eben hier ein bisschen. Also. Als allererstes. Wofür sind die Painkiller gut? Das sind Schmerztabletten, die verbessern unten deinen grünen Zustand. Oder entweder den grünen oder den roten Balken. Mal gucken. Den roten Balken haben sie verbessert. Gut. So, dann hab ich diese Kent Pasta. Die esse ich jetzt auch. Orangener Balken. Okay. Der ist wieder okay. Der Trinkbalken hat sich auch verändert. Zum Positiven. Ja. Ein wenig. Ich brauche aber trotz allem ganz dringend Wasser. Wo ist unser Freund? Der ist weg. Toll. Hier. Hier liegt noch was. Ich dachte, wir haben uns Freunde gemacht. Da liegt nichts mehr. Aber nur Bücher. Okay. Da oben liegt noch was. Eine Flasche Wasser. Da. Wasser. 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 So. Das Wasser trinke ich mir eben. Und dann bin ich bereit für was eigentlich? Um hier weiter sinnlos rumzulaufen. Und YouTube zu unterhalten. Ja, nee. Ich frag mich gerade überhaupt so, was geht denn da jetzt noch? Das Witzige an dem Spiel ist, wenn du dir hier keine Basis baust. Weil du kannst hier genauso croften wie bei Minecraft. Wie geht das? Toll. Ja. Das ist zu kompliziert. Wenn du dir hier keine Basis baust und deine Sachen da drin gebunkerst und du wirst getötet, dann hast du die ganzen Stunden, wo du dir die Sachen mühsam zusammengesucht hast, umsonst gespielt. Ja, das sind die Momente, wo die kleinen Kinder vor ihrem Computer völlig ausrasten, sich dabei von ihrem Papa filmen lassen, damit der auf YouTube mal so eben die 5 Millionen Views knackt, oder? Ich hab hier einen Schlagstock. Ja. Nehme ich mit. Ich nehme alles mit. Weil du Drachenlott bist. Weil ich so bin wie Gronkh in Fallout 4. Okay. Nehme ich auch mit. Stimmt, ich hab mir einen Let's Play von dem angeguckt bei Fallout 4, ne? Da dachte ich nur, der hebt auch jede Scheiße auf, ne? Ja, natürlich. Der macht das genauso wie ich. So spiele ich auch. So. Okay. Warte, ich komm. Ich steige ein. Okay, ich bin drin. Das Auto ist aber leer. Was ist was denn? Das Auto ist leer. Da ist ein Zombie. Warte, ich mach den fertig. Ich hab gar keinen Fall mehr. Ich hab doch gar nicht geschossen bisher. Dann drück mal R. R. Nö. Ich hab doch gar nicht meinen Bogen benutzt. Aha. Was ist das denn? Wieso schießt du denn jetzt mit der Pistole rum, du Vogel? Ich schieß nicht mit der Pistole. Beschütz mich mal kurz. Wer schießt denn hier? Ah, da ist ein Typ auf nem Quad. Warum kann ich verkackt nochmal die Waffe nicht wechseln? Weil du verkackt nochmal so gut dafür bist. Wenn du zwei drückst, wechselst du die Waffe. So, pass auf. Jetzt mal ohne Witz. Ich hab mich echt ein Problem jetzt mit dem Spiel. Wieso? Weil, ich will diese Chefmütze aufnehmen und das kann ich nicht. Weil ich keinen Platz haben soll. Aber ich habe Platz. Das weiß ich. Also, ich sammle gerade für uns ein paar Tabletten ein, ne? Ja, aber warum kann ich meinen Bogen nicht mehr benutzen? Wieso? Weißt du das? Nein. Weil du da keine Munition für hast. Ach so, du kannst mit dem Bogen nur schießen. Mit rechter Maustaste. Du musst mit rechter Maustaste anvisieren. Das habe ich gemacht. Ich habe nur keinen Pfeil scheinbar. Was steht denn da, wenn du den Bogen ausrüstest? Pinebow. So, und Pinebow? Ja, unten rechts in der Ecke. Steht da 1-1 oder 0-0? Da steht gar nichts gerade so. Ich rüste den jetzt aus. Da steht 0-0. Ja, dann hast du keinen Pfeil. Wie der WC-Reiniger. Ja. Dann habe ich keinen Pfeil. Ja, super. Wo kriege ich einen Pfeil her? Wie findest du häufig auf Farmen? Kann man hier auch Zäune niederreißen? Oder irgendwas tun mit der Welt? Nicht großartig. Du kannst die Welt schlagen. Keine Ahnung. Du kannst die Welt deines Erachtens nach umgestalten, indem du Sachen baust. Ja. Witzig. Hier liegt ein Cobra-Magazin. Hast du nicht die Cobra? Die habe ich ja. Da liegt ein Magazin. Okay, dann komm. Machen wir jetzt mal Action hier. So, mir reicht's. Komm her. Das war meiner, ey. Der ist von mir da hinten. Den mache ich fertig. Jawohl. Experience. Ich habe eine Taschenlampe gefunden. Das ist lächerlich, was du hier an Erfahrung kriegst. Warum macht der denn immer zwei Schüsse? Weil du die vollautomatisch eingestellt hast. Mit V kannst du das umstellen. Da steht jetzt Safety. Ja, und dann drück noch mal V. Noch mal Safety. Ich habe schon wieder eine neue Waffe. Semi steht da nun. Ja. Was heißt ein Semi? Semi ist halbautomatisch. Ach so. Okay. Ich kenne mich mit Shooter nicht aus. Ich spiele sowas nicht. Ja, dafür bin ich zu alt. Ja, ja. Ja, natürlich. Guck mal, Simon. Was ich für eine tolle Waffe habe. Ich laufe hier gerade durchs Haus. Und weißt du was? Was? Hier ist ein Telefon, aber ich kann nicht nach Haus telefonieren. Was? Ja. Du bist IT und kannst nicht nach Haus telefonieren, Bart. Ich komm mal gucken, ob ich kann. Scheiße hier. Aber weißt du was? Wir gucken uns jetzt erst mal ATV an. Komm her. Komm her. Ja. Komm her. Wir gucken uns ATV an. Asoziales Televisions- Täuschungsfernsehen. Täuschungsfernsehen. Okay. Mach an. Oh. Fernseher ist kaputt. Der täuscht doch nur vor, dass der ein Fernseher ist. Komm mit. Scheiße, ATV. Scheiße. Da. Da steht jemand. Hi. Der hat gewungen können. Wie geht das? Wie kann man winken? Weiß ich nicht. Guck mal, ich geh durch den Durch. Der ist Luft für mich. Hi. Hi. Dein Hi kam gerade im Spiel an. How are you? Ich mach mal einen auf Kleinkind. Hello. Can you help me? Do you wanna be my boyfriend? Komm, gestorben mal, die blöde Sau. Ja, ich schlafe schon gerade hinterher. Ich auch. Möchte, dass der Angst... Hi. Come to me. Ich hab den geschlagen. Nochmal. Hier ist doch Blut. Ja, aber du kannst ihm keinen Schaden machen. Wow. Zombies. Zombie Invasion. Ich helfe dir nicht. Sehe ich gar nicht ein. Ich helfe dir aber auch gerade nicht. Ich stehe da nämlich nicht. Ich habe eine Tomato. Oh, oh. Vier verkackte Zombies. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Ich laufe gerade in die Mechanic rein. Okay, gib mir Deckung, Daryl. Ich bin nicht Daryl. Doch. Aber wir müssen auch was für die... Wie heißt das? Für die... für das Gefühl tun, dass wir in dieser Welt hier tatsächlich... Ja, ich bin Daryl. Und... wenn wir das oft genug sagen, ja, werden wir mehr Klicks auf YouTube bekommen. Achso. Wir müssen auch öfter noch Walking Dead sagen. Walking Dead. Ich bin Daryl. Walking Dead. Weil Videos auf YouTube werden ja neuerdings... gefunden dadurch, dass in den Videos etwas gesagt wird. Boah. Hilfe. Boah. Da sieh's mal. Ich bin hier der Schützer. Oh ja. Ich, ich seh's. Da. Da ist deine Bank. Wir können auch Golf spielen. Seh ich gerade. Da ist deine Bank. Soll ich dir was Witziges über die Bank hier in dem Spiel sagen? Ja. Teilweise findest du hier in der Bank, ne? Das ist natürlich jetzt... ein super Beispiel für... die ganzen asozialen Ego-Shooter. Findest du hier in der Bank... Ja. Hier haben wir's wieder. Du findest hier Waffen und... alles mögliche. Munition ohne Ende. Ja. Munition ohne Ende? Ja. Also jetzt... Da ist jetzt keine Munition bei, die wir gerade brauchen, aber... Welche denn? Da ist Ranger-Munition. Die ist für die AK. Gut, ich hab nämlich auch nicht mehr viel Munition, fällt mir grad auf. Ich hab noch zwei Magazine für meine Revolver und 16 Schuss hiermit. Aber ich will auch zu nem ganz besonderen Platz. Ja gut, ich werd langsam müde. Ich weiß nicht, ob das Spiel mich so müde macht, weil es so spannend ist. Könnte natürlich sein. Spannend! Ja, klar. So, wir gehen jetzt zur Militärbasis. Ich denke, da kann ich damit rechnen, dass jede Menge Zombies gleich auf mich zukommen. Und versuchen, mir die Eingeweide rauszureißen, ja? Ja, erstens das. Zweitens findest du da an sich immer geile Waffen. Stop! Was ist das? Essen. Da ist Maiskolben. Meins. Okay. Lass mal schnell gucken, ob das Auto da oben voll ist. Also ich denke, dieses Spiel würde auch dem Tourette Bruder gut gefallen. Ja? Ja, klar. Meinst du, sollen wir den mal einladen, das mit uns zu spielen? Wäre eine Idee. Was macht der denn da mit den Reifen? Das Auto fährt nicht mehr. Es ist leer. Ich würde da weggehen, das Auto explodiert gleich. Ich kann hier nicht weg, ich häng ja fest. Ja, nee, ich find das nicht lustig. Doch, das ist witzig. Ich häng ja echt fest. Echt? Jetzt kann ich weg, weil ich eingestiegen bin. Warte mal, bitte. Kannst du mir die Tage auch noch helfen, irgendwie ein Intro für YouTube zu machen? Warum? Ein Video-Intro. Für meine... Du hast keine Inhalte auf deinem Kanal. Ja, damit fang ich doch gerade an. Ich mein jetzt für meine Videos, die ich hochlade. Für die Inhalte. So, also nicht wundern YouTube, warum ich hier gerade einfach nur doof stehe. Ich stopf mir gerade eine Zigarette. Und mach das genauso asozial wie der Drachenlord. Oder wie der Tourette Gamer. Oder wie der Tourette Gamer. Warum kann ich eigentlich das Hackeball hier nicht ausprüsten gerade? Geht das nicht? Meinst du diese Axt? Nee, das Hackeball. Das Hackeball geht auf zwei... Das geht dahin, wo du die Pistole hast. Das ist nicht gut. Aber ich finde das Hackeball eigentlich ziemlich gut. Ja, hier gibt's auch Katanas und sowas. Hast du mich gerade geschlagen, du kleine Fotze? Ja. Ja, warte. Hab ich dir schon mal gesagt, dass du aussiehst wie ein IS-Kämpfer? Danke. Allah-U-Akbar. Allah-U-Akbar. Und damit ein Gruß für alle Araber. Allah ist groß, Allah ist gnädig. Und Islamisten. Allah schickt uns in die Hölle. Genau. Ja, ganz ehrlich, das ist so ein Schwachsinn, ne? Die IS wird jetzt so gehypt, ne? Ja, echt. Warum kriegen die diesen Hype hier? Ich bin auf YouTube voll unbekannt und die IS wird gehypt. Voll scheiße. Ich mein das jetzt ernst. Damals war Saddam Hussein und Osama bedrug. Reden wir nicht über solche politischen Themen, ja? Das sind keine politischen Themen. Weil ich weiß, dann kann ich das Video auf YouTube nicht hochladen, wenn du dann redest. Aber weißt du was? Ja. Ich sag es jetzt auch. Hast du eigentlich den Ober... Die Angela, die kleine süße Maus aus der DDR, die soll aus Deutschland raus. Die hässliche Fotze, die dumme dreckige Nutte. Oh, was? 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 Oh, ich krieg mal so Anfälle, wenn ich über Politik nachdenke. Entschuldigung. Wir meinen natürlich den Angelo Merte. Angelo Merte, genau. Hast du eigentlich diesen Flop in Bayern mitgekriegt? Den Flock? Der hat geflockt? Aber nicht der Drachwort, hat kein Flock. Nein, nein. Der Flop. Nee. Die Bayern waren ja... Das ist jetzt ein ernstes Thema und ich hetze jetzt auch nicht über irgendwelche Leute. Dann lass es einfach was, bitte. Nein, nein, nein. Das ist wirklich ein ernstes Thema und das ist eine Nachricht, die im Fernsehen kam. Lass es bitte. Lass es bitte. Du vergraulst unsere minderjährigen Zuschauer. Das ist aber ein nettes Thema. Die bayerische Staatsgewalt hat einige Pässe verloren. Ja. Den von wem? Von den Asylanten. Die Asylanten, die wollten direkt wieder ausreisen. Von sich aus, als sie gehört haben, dass sie nur ein Jahr hierbleiben können. Und jetzt können die nicht ausreisen, weil die bayerische Regierung, die bayerischen Politiker die Pässe verlegt haben. Wie bitte? Ja. Das ist ja geil. Das ist ja lustig. Wirklich. Ich glaube, die möchten die mit aller Gewalt irgendwie bei uns halten. Aus irgendeinem Grund. Um den Bürgerkrieg in Deutschland zu entfachen oder was weiß ich was, was hier geplant ist. Ich weiß echt nicht mehr, was geplant ist. Aber das ist wirklich... Ich weiß nur, dass die New World Order uns alle vernichten wird. Guck mal. Guck mal. Eine Rauchgranate. Oh. An der Spitze ist der Drachennort. Eine New World Order. Ja, klar. Natürlich. Also Leute, das ist natürlich ein reiner Satire-Channel. Ach. Aber das gerade eben, das war wirklich die pure... Kann man hier schlafen? Nein. Was ist denn eine Sandback? Guck mal, zieh dir das hier oben an. Ja. Das gibt richtig viel Platz. Desert Military West. Ich hab Missing Space. Was heißt das? Das heißt, dass du keinen Platz in deinem Inventar hast, um die aufzureben und dann anzuziehen. Okay, dann... Hab ich jetzt alles weggeschmissen hier. Wie geil. Wie geil, 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 geil. Okay. Hä? Ach so. Hm. Okay. Ich muss erst das Spiel ein bisschen verstehen lernen. Och, geh mir nicht auf den Piss hier. Nee, das Spiel kann dich echt wirklich toll langweilen. Ja, ich bin eigentlich ziemlich gelangweilt, wenn ich ehrlich bin. Frage ich mich die ganze Zeit... Was ist das? Frage ich mich die ganze Zeit, wann hört es endlich auf? Und soll ich dir den Witz daran erzählen? Das hört gar nicht auf. Das Spiel bleibt so, wie es ist. Echt jetzt? Ja. Und weißt du, was für Leute dieses Spiel ansprechen soll? Die Leute, die zu arm sind, sich so Spiele wie DayZ und sowas zu kaufen. Ich glaube es auch. Nein, nein, das brauchst du nicht glauben. Das ist die pure Wahrheit. Ich kenne aber DayZ, DayZ oder so, kenne ich nicht. Ich bin der Tourette Gamer, ich spiele nur C64er-Spiele und so. Ja, von der Grafik her haut das ja schon fast hin, ne? Wo bist du? Ich bin hier auf einem Turm. Ich habe Angst. Komm her. Ich habe ein Auto. Steig aus dem Auto aus. Warum? Ich fahre das Auto jetzt erstmal zu Schrott. Was tust du? Da, Zombies. Wo ist der Zombie? Aua. Aua, ich bin fast tot. Sterbe. Hilfe. 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 Ich bin fast tot. Fotze, du. Blödes Mistvieh. Der bewegt sich immer noch. Hm. Was ist das? Hier liegt ein Griff für eine Waffe. Das ist mir egal. So, aber geht das irgendwann mal weiter jetzt hier? Also passiert irgendwann mal was? Naja, also im Endeffekt ist das Ziel hier, normalerweise im PvP-Modus so starke Waffen wie möglich zu finden und andere Leute zu töten. Ja, aber es muss doch jetzt mal irgendwas passieren. Nein. Ich schlafe echt gleich ein. Was ist das denn? Ich habe gerade zum Beispiel eine sehr, sehr gute Waffe gefunden. Ich male mir hier ein Männchen. So. Und die nennt sich Heartbreaker. Hübscher Kopf. So. Ich male ein Strichmännchen hier gerade. Pass auf, ich schlage mit meiner Axt, mit meinem Beil, schlage ich hier auf die Trainingspuppe. Wie du siehst. Ey, jetzt mach mir doch nicht mein Bild durcheinander. Ich weiß nicht. Verpisst euch. Wir sind zwei Affen. Ja, der eine bin ich. Du kleiner, abgefickter Wichser. Ist das jetzt schon Online-Mobbing, wenn ich sage, du bist hässlich und du hast einen Bart wie, keine Ahnung, wie Gronk, wenn er sich nicht rasiert? Hässliches Miststück. Gib mir die Waffe da. Ich habe Missing Space. Missing Space fucking shit. Gib mir die Waffe. Da. Ich kann nicht. Ja, du musst. Missing Space. Missing Space. Nimm die Waffe jetzt. Krüppel. Steig ein. Ich habe hier gar keine Munition. Steig ein. Die Waffe hat keine Munition. Steig ein. Ich kann nicht. Bleib stehen. Ich bin drin. Der brennt. Was ein Wichser. Warum geht die alle raus? Ja, weil der Wagen brennt. Komm her. Hm? Komm her. Ich bin hier. You little bitch. Ha. Wir haben... Fuck you, you motherfucking son of a bitch. Äh, scheiße. Warum geht das Tor nicht auf? Keine Ahnung. Versuch mal das Tor aufzumachen. Geh da mal hin. Ist schon zu spät, glaube ich. Geht nicht. Missing Power Source. Fuck, ey. Scheiß hässlicher Almödli, du. Hässlicher Almödli. Du kleiner, komischer Wannabe-Spasti. Da, hol dir die Zombies. Ich hab keine Munition mehr. Einen Schuss hatte ich. Ich hab keine Munition. Gebt mir Munition. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Ähm, lieber Torilgamer, was hältst du von diesem Wunderexemplar eines Spiels? Ganz ernsthaft? Ja. Meine ehrliche Meinung über dieses Spiel. Ja. Also, die Grafik ist wirklich eine ausgeblutete Hölle. Also, was will man hier zu dieser Grafik sagen? Also, wirklich. Ich hab als Kind gerne mit Legosteinen gespielt. Und dieses Spiel ist hässlicher, als meine Legosteine es waren früher. Und die Legosteine hatten nur eine Farbe. Was ich ja dem Spiel aber wirklich gut finde. Ja. Definitiv ist dieses Eintauchen in diese Spielwelt. Ja, man hat wirklich das Gefühl, dass man hier auf der Flucht ist vor bösen Zombies. Und das find ich echt toll. Und, Marcel, dieses Spiel ist totale Scheiße. Ist alles Scheiße. Das Spiel ist für Kleinkinder. Für dumme Kleinkinder. Wenn die irgendwie die Kreditkarte von ihrer Mama klauen, der armen Frau dann erzählen, dass sie natürlich nicht die Abbuchung getätigt haben von 150 Dollar, um sich in diesem Spiel eine Kacke zu kaufen. Wo geht das denn überhaupt? Hab ich bisher noch nicht gesehen. Ist egal. Selbst umsonst ist dieses Spiel zu teuer. Weil es Tide-Verschwendung ist. Das ist meine Lebenszeit. Verkackte Scheiße, ey. Also das ist jetzt ein Spiel, das wir nicht empfehlen würden? Nee, garantiert nicht. Okay. Das ist so langweilig. Wirklich, ey. Da kann ich noch beim Kuhfladen machen, beim Kacken zugucken. Ja, das stimmt. Ich mach mir deine ganzen Waffen hierher, ey. Die will ich gar nicht haben. Kannst du behalten? Alle leer. Hier hast du einen Military-Knife. Weißt du, was ich jetzt mach? Ja. Ich mach jetzt Suicide. Komm her, genau das. Ah, schmeck ich dir? Mach mich kaputt, du alter Pisser. Ey, du lässt mich noch nicht mal sterben in dem Spiel. Ist das dein Ernst? Und so Spiele spielt Gronkh auf seinem Kanal, oder was? Nein, ich glaub nicht, dass er dieses Spiel spielt. Der spielt doch Minecraft, ist doch nichts anderes, oder wie? Ja. Stimmt. Das ist ja genau so ein Scheiß. Genau. Dann machst du doch genauso viele nutzlose Sachen. Ja. Wo ist denn hier mal eine Story, die mich fesselt? Wo sind denn hier wenigstens irgendwelche Herausforderungen in Form von ... Ja, das ist das. Die Story bastelt du hier hier selber. Hier bastelt man überhaupt nichts. Ich bastel hier, wenn ich das länger spiele, mein eigenes Grab, weil ich irgendwann vor lauter Langeweile und ... Diese Delays, die du hast. Ich seh alles grau. Langsam milchig grau hier. Das ist schon mal ein toller Verschiebung. Komm mit mir mit. Komm mit. Ich zeig dir mal, was hier geht. Da ist ein Feuer. Ich geh jetzt ins Feuer. Da passiert rein gar nichts. Boah, dieses Spiel ist so abgefuckt billig, wirklich. Boah. Aber es gibt ... Guck mal, ich kann das Feuer mit meiner Hand anmachen. Ich bin Gott. Ja, Feuer. Geh aus. An. Aber es gibt dieses Spiel tatsächlich in der Drachenlord-Version. Das ist genau dieses Spiel, wonach dieses Drachenlord-Spiel gemacht wurde. Ich weiß. Das ist echt erbärmlich, oder? Guck mal, guck mal. Ey. Ich habe eine Faust, ne? Ja. Kannst du fisten? Ja. Das ist gut. Ich fiste jetzt auch ein paar Zombies. Nein, nein, ich fiste keine Zombies. Guck mal. Boah, ist das langweilig. Sag nicht, dass der Baum gleich umkippt. Doch. Dieses Kipp-Bug-Dajam, okay. Was redet ihr da überhaupt für eine Scheiße hier in dem Spiel? Dieses Cut-Kinderspiel. Das kann doch nur irgendwer hier abgefuckt, nahsozialen Dreckskinder spielen. Verpisst euch. Ich musste erst mal loswerden. Ich krieg Aggressionen. So. Ja. Nein, nein. Er fällt. Hoffentlich fällt er auf mich drauf. Ich stelle mich hier drunter. Da passiert nichts. Ja, geil. Wirklich. Dieses Spiel ist der Hammer. Ach, das ist der einfach ... Ja, sicher, klar. Und guck, du kannst jetzt noch nicht mal da drauf springen. Du kannst aber hier das Holz aussammeln und dir ... Keine Ahnung, ey. Kannst dir ein Grab bauen, oder? Ja. Ja, kannst dir einen Grabstein machen. Komm, wir gehen da hinten in den Tunnel, da verrecken wir. Ich will jetzt hier sterben. Ja, vor allem, es kommt voll die geile Musik, wenn du stirbst. Okay. Ich bin gespannt. Weil Musik gab es bisher noch keine, glaube ich, fast. Also nur am Anfang, ein bisschen gedudelt. Magst du Jump Scares? Nee. Was ist denn das? Ja, sterb mal. Ja, ja. Okay. Ey, guck mal, da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben hier. Ja, irgendein kleines Kind. Mensch, der geht doch besser zur Schule. Lernt irgendwas fürs Leben. Hat der da einen Panzer? Moment. Nein. Das ist ein Panzer hier. Aber den kann man nicht fahren. Nee, das ist nur Deko. Wir sind ja nicht in GTA, okay? Ey, wenn ich ... Ich will verdammt noch mal irgendwelche Zombies hier. Wie ist Map Ende? Stimmt nicht. Das ist ein Bunker hier, oder was? Ja, das ist aber Map Ende. Noch nicht mal. Ich gehe jetzt auf den Turm. Ich bin spartvoll, es gehen gar nicht. Ich gehe jetzt auf den Turm und spring da runter. Gehe wieder auf den Turm und spring da runter. Ich mache das auch. Allein so geil, wenn du hier die Treppen hochgehst mit deinen viereckigen Armen oder so mit diesen abgetrennten Stücken, was auch immer das ist. Oh, ich habe mich verletzt. Ich mich auch. Wie, du hast dir schon ein Bein gebrochen oder so? Keine Ahnung. Okay, lieber Marcel. Ja? Es war schön in dieser Welt. Ja, tolle Musik. Ich bin zu Tode gekommen. Ja, ich habe noch 43. Was ist das für eine Musik? Sollte mich glücklich machen jetzt, die Musik? Ja. Die passt ja auch so. Ja. Wirklich richtig happy. Toll, ich bin tot. Juhu. Ich habe es geschafft. Ich habe das Spiel überlebt. Liebe Freunde, gepflegte asoziale Unterhaltung. Dieses Spiel solltet ihr niemals in eurem Leben spielen. Falls eure Kinder das Spiel spielen, dann, ja, ihr dürft den Gürtel gerne nehmen und sie verprügeln. Ich sehe das ja nicht. Ja, aber bitte den Bedergürtel. Ja, das ist wirklich die entsprechende Strafe für dieses Verhalten, dieses Kackspiel zu spielen. Und wenn irgendjemand einen Euro nur für dieses Spiel bezahlt hat, jemals, kommt zu mir. Ich wohne in Altschauer Berg. Ach nee, egal. Ich gebe euch euer Geld zurück. Ja, einfach unter das Video schreiben und ihr kriegt von mir das Geld zurück, weil ich so ein Mitleid mit euch habe. Nein. Macht's gut. Abonnieren, kommentieren und der Toret-Cousin schmeißt euch jetzt raus. Nein, noch nicht ganz. Also ich möchte auch noch sagen, bevor ihr dann zu meinem lieben Toret-Gamer hier geht, kommt lieber zu mir. Dann investiere ich das Geld in vernünftige Dinge, wie zum Beispiel in Chips und vielleicht war die dann auf der Straße für die Tauben. Ja. So eine Scheiße. Genau. Weißt du was? Das Spiel ist einfach Zeitverschwendung. Ja. Weißt du, hast du eigentlich schon gesagt, dass du im Rollstuhl sitzt? Vielleicht kriegst du dann mehr Klicks. Nein, nein. Okay, tschüss. Im Moment, hat dir das nicht der Drachenlord mal erzählt? Egal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, YouTube. Auf Wiedersehen, YouTube.